Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 13. Juni Die Liebe ist langmütig und freundlich. 1. Korinther 13, Vers 4 In irgendeiner Großstadt kam ich in eine wundervolle Villa. Hinter einem Wäldchen lag sie, am Rande der Stadt. Wenn man in die Halle trat, wo wertvolle Teppiche den Schritt dämpften, sah man durch große Glastüren in das liebliche Bergland. Mir fuhr es durch den Sinn, diese Leute haben den Himmel auf Erden. Nach einer Stunde wusste ich, die Bewohner dieses Hauses haben die Hölle auf Erden. Die heranwachsenden Kinder standen gegen die Eltern. Mann und Frau machten sich das Leben zur Qual. Erschüttert verließ ich das Haus. Da muss man sich unwillkürlich fragen, gibt es denn das überhaupt, dass Menschen den Himmel auf Erden haben? Gewiss gibt es das. Aber weder Reichtum noch Gesundheit schaffen solchen lieblichen Zustand. Das Entscheidende am Himmel ist die Gegenwart Gottes. Und nun hat es Gott gefallen, in Jesus, seinem Sohn, zu uns zu kommen. Durch den Propheten Zachariah lässt er uns sagen, Freue dich und sei fröhlich, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Wo der Herr selber wohnt, da ist der Himmel auf Erden. Mag es äußerlich sein, wie es will. Dieser Herr bringt seinen Geist mit, der sorgt für die rechte Atmosphäre. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Wo der Heiland einkehrt und durch seinen Geist Liebe und Langmut in den Herzen wirkt, da muss es ja schön und fein zugehen. So können wir es haben, wenn wir nur Herzen und Türen auftun. Für ihn. Herr, wie du sogar bei dem Zöllner Zachäus eingekehrt bist, so komme auch zu uns. Amen. Jesus Christus segne dich. Amen. Vielen Dank.